Warum spielt Kramo nicht mit Isa? Weil ich die gedroppt habe, weil die Docksche sind. Ja, ich wollte es nicht so sagen, aber ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten... Scheiße, ich habe gedroppt. Nochmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute, meine lieben Freunde, der Dock-Big-Up. Wir haben ja schon am Freitag die Viewing-Party dazu gemacht. Zwei Runden davon haben wir gesehen. Und jetzt, meine lieben Freunde, das 10.000 Euro Preisgeld-Turnier von dem guten alten Dockby, der Franzose, heute die Custom-Lobby. 33 Teams sind mit am Start im Trio. Lecci spielt heute mit Kramo zusammen. Benji, Fischi, Mr. Savage und Nate wurden auch eingeladen, obwohl sie sich nicht qualifiziert haben. Und mein Special-Guest heute. Und da möchte ich auch in den YouTube-Kommentaren sehen. Rastet aus. Wollt ihr das Comeback von Isa auf YouTube sehen? Dann rastet komplett in den Kommentaren aus. Isa, mein Special-Guest. Boom. Moin. Moin. Ich bin's, Isa. Moin. Es gibt den einen oder anderen in der Szene, der kennt dich nicht. Nee, gibt's eigentlich nicht. Ich bin 18, nicht für Fortnite-Digger. Nice. Du bist erst 18? Ja. Okay, na gut. Wir gucken heute den besten 100 Teams zu, die hier alle eingeladen worden sind. Und 10 Leute haben sich auch qualifizieren können. Da gehen wir doch mal direkt rüber, Bro. Catty Corners. Du hast den Live-Team an, ne, von mir? Was? Ja. Halt's den Maul. Warte, lass uns erst mal in den Fight reingehen. Oh. Das sieht gut aus. Bendy wird direkt von unten rein zu gehen. Nate. Oh mein Gott. Wer hat den Nate reingeschmissen? Da kommt noch ein weiterer. Nate ist dead. Nate ist dead. Nate ist dead. Ah, der Third Party. Die wollen unbedingt finishen. Die wollen unbedingt finishen, Bro. Oh oh. Und da ist er in der Box. Wo steckt mich? Oh, Ned. Stark gemacht. Oh mein Gott. Mr. Savage lässt wir überleben haben. Ja, das war's. Schade. Einfach schade. Das passiert ja, wenn man fightet so. Man wird immer geteilt partied. Hä? Wurde gehackt. Hä? Warte mal, Chad. Wie random ist das, Digga? Einfach nur vor der Eclipse. Und dann einfach so. Welche Welle ist deine Schwester, Digga? Digga, das muss ich mal kurz liken. Aber, Digga. Was? Vor allem noch mit dem Stern-Emoji. Einfach falscher Account gepostet. Hä? Das ist deine Freundin. Stell dir vor. Hä? Von wem? Oh, was? Nein, ich meine Schwester. Ich meine Schwester. Ich liebe das, Digga. Oh, das entspannt, glaube ich. Das ist angenehm. Three kills für Pepper. Ja, Mann. Abermäßig, Digga. Feier ich extrem. Wie viele Kills haben sie bis jetzt? Einen. Und sie haben die Moving. Sie haben die Moving Zone. Okay, Jumphead ist geplaced. Wir sind im Late Game. Wir schauen hier gerade Pepper zu. 45 Leute sind noch am Leben, Chad. 45 Leute sind noch am Leben. Camo wird gelasert. What? Camo wird gedouble-keed. Und er hat die Flopper. Camo wird gedouble-keed. Er hat die Flopper, Chad. Er muss sich den Flopper jetzt gönnen. Was macht er da? Er macht einfach auf. Wenn er ihn kriegt, dann kann er ihn free-resen. Er muss ihn halt holen. Oh, stark. Die können nicht resen. Aber er muss unbedingt die Flopper holen. Das ist das Wichtigste. Okay, wenn er Top 3 kommt, fress den Besen. Ja, okay. Wir sagen Klatsch. Wir sagen Top 3, Digga. Ja, okay. Dann muss er erste werden. Guck mal das. Guck mal das. No. Er choked. Nee, war gut. War gut. Er hat 50 auf B für 20 getradet. Okay. Also 30 plus. Holz. Und damit. Und... Schade. Also können die gar nicht verlieren, oder? Eigentlich können die nicht verlieren. Soll die das verlieren, Digga. Ja, das wäre wild. Skyt will auf Heid gehen, aber schafft es nicht. What? What? Zwei Leute, der ich neben ihn? Was war ein AIM, Digga? Oh, nein. Mit dem Launch Attack. Er hat keine Metz. Uh, das war stark gemacht. Oh, ho, ho. Oh. Wilde Nummer jetzt. 210 Metz doch. Was? Er ist am Zorn gestorben. Krieg, Hilfe, ihn. Sehr wichtig. Einfach gegiftet. Aber wer ist auf High Ground? Skyt, glaube ich. Der hat vorhin 30 getakt. Ja. Er hat sogar eine Launch, aber keine Metz. Keine Metz. Oh, mein Gott. Nein, schade. Digga, sind das alles Einzelne hier? Nee. Das ist ein AIM, Digga. Das sind die letzten zwei da unten. Und tschüss. Was? Oh. Jetzt aber. Oh, schöner Hit. Ja. Wir gehen auf seine Teammates. Und das war's. Aber guck mal. An den 6. Digga, die ganzen Meckes und Grizzly-Spieler waren hier noch alive. So, Mongral immer noch auf Height mit 200 Metz. Versucht natürlich hier diejenigen abzuschießen, die versuchen an ihm vorbei zu launchpadden. Und eventuell dann sogar versuchen auf High Ground zu gehen. Aber es kann keiner auf High Ground gehen. Die sind hier super krass aufgestellt. 3000 Schaden über der Schadenswelle. Grabbler ist am Start. Flopper ist mit am Start. Guck mal, wie der Gegner leckt. Oh, 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 oh. Nur noch zwei Rockets auch. Die padden. Schlau. Low Pad. Jummit ist mega wichtig gewesen gerade für ihn. Die haben auch meistens No-Wood, ne? Also wenn man Height ist mit No-Wood, das ist sehr kritisch. Er hat von ein übelst One-Shot gemacht. Wer war das? Ja. Und wo kam das? Und da war Height. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Da versucht irgendjemand auf High Ground zu gehen. Kaser ist das. Und Leitzen auf High Ground. No way. Fremock ist down. Ah, das können sie nicht gewinnen. Guck mal, jetzt haben sie keine Messe mehr. Und das ist das Ding. Wenn du dort einmal High Ground verlierst, dann bist du halt dead. Vor allem auch nur mit Wood, ne? Du kannst, wenn du No-Wood baust, das bringt dir nichts, Digga. Gar nichts. Oh mein Gott, das ist unlucky. Guck mal hier. Er hat Floppa, aber er hat noch einen Floppa. Er hat einen Easy Stomp. Oh. Gar nicht mehr, schade. So, auf High Ground sehen wir es. Refsguard, Kaser und Trippin. Alle drei haben versucht, High Ground zu fighten. Und sie haben es erfolgreich geschafft. Vier Floppa auch. Ich sehe keinen Grund, wie die das verlieren, außer wegen Launcher. Guck mal, kein anderes Superteam von uns noch am Leben. Oh, warte. Sorry. Ah, Refsguard. Oh, Impuls-Kernatwerfer, er hat es nicht gesehen. Nee, oh. Er hat es nicht gesehen. Aber er hat Splashies. Lass mal gucken, was er daraus machen kann. Die Zone. Er hat die Floppa reingeworfen. Godplay, Digga. Was? Ja, okay. Aber er hat nichts gebracht, Digga. Er hat nichts gebracht. Natürlich nicht. Aber er hätte vielleicht mit der Rocket schießen sollen. Oh, was? Er missed. Er missed. Refsguard. Auch wenn er ihn genockt hätte, das hätte er nichts gemacht. Ja, aber doch. Damit er einfach genockt ist. Ja, ja, auch, ja. Aber die sind immer noch auf High, ne? Ist egal, ob er gestorben ist. Die haben immer noch High. Aber hier versucht derjenige noch auf Impuls zu gehen. Guck mal. Dieser Blast. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, oh. Der nächste wird ausgeschossen. Die müssen ja nicht nur ablocken. Die müssen gar nicht diskontesten. Die können einfach runterschießen. Ich verstehe das nicht. Warum die das nie ablocken? Sind die dumm? Ja. Er schafft aber rein, glaube ich. Ja, aber gerade so. Nein, nicht schießen. Einfach reinrennen. Kein Hit. Digga. Oh mein Gott. Er rennt doch einfach rein. Was macht er? Oh mein Gott. Trippen versucht es auch noch. Trippen versucht es auch noch. Gib dir den 126er. Finisht ihn jetzt. Was macht er noch? Er finisht ihn. Ist auf Lowground. Impulsgranatenwerfer von oben. 1v2 Situation. 1v2. Ja, und die haben Rocket Launcher. 1v2 Rocket Launcher. Doppel Rocket Launcher. 3, 2, 1. Ender macht schon bei dem Play. Das ist das Jahresdigger. Kann man nicht. Zack. Nee, er hat keine Mets, Digga. Ja. Und schon wieder ist es ein französisches Team am Ende des Tages. Die hier die Runde gewinnen. Alpha, Blast und Juxu. Ist dieser Juxu nicht irgendwie... Hat er nicht vorher auch Konsole gespielt oder so? Keine Ahnung. Die Late Game Rotation ist drin. Ich saß gerade am Essen. Damit übernehme ich hier einfach mal den Lead. Und dann... Oho. Was? In Z55er ins Gesicht. Schön. Damit hat er einen Kill geholt. 46 Leute live. Es müssen 16 Leute sterben, bis überhaupt Stormstitch aus ist. Und wir sehen hier Carmo, Pepper und Tyson geradezu. Fledermois hat Internetprobleme. Und deswegen spielen sie in diesem Dreiergespann in dem Doigby Cup und sind gerade unter den Top 16, was die Platzierung angeht. Denn das nächste Jumpman ist geplaced und sind hier auf der Midground Position. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Man sieht es aber auch, dass es natürlich extrem laggy ist. Guckt euch das an. Carmo kann nicht mal richtig bauen. Und sie versuchen jetzt hier durch das Haus durchzubrechen. 900 Mats, 800 Mats und 870 Mats. Hier auch nochmal für Pepper. Das sieht extrem gut aus hier für die Jungs. Und er rockt hier natürlich auch den guten alten Ben. Das ist der Soldier Ben. Ihr wisst ja, Creator Code Amar im Item Shop für den Soldier Ben. Und es sterben immer noch einige Leute nur, aber nicht viele. Das ist halt genau das Ding. Guck mal, und Stormstitch kickt. Man hört diese Blitze. Alle versuchen natürlich nochmal ein bisschen reinzulasern, damit sie hier Stormstitch Tags auch vollenden können. 259 sind sie aber above. Der gute alte Carmo. Sie haben auf jeden Fall genügend Tags gemacht. Oh, da ist ein Gegner in der Box. Geht hier ein, direkt nach oben mit Ground Rotation. Schöne Edits hier von Carmo. Tyson leadet den Weg hier gerade. Perfekt. Perfekte Rotation. Er hat nur noch Holz. Was geht bei Tyson? Auch nur noch Holz. Und Pepper ist der Einzige noch mit ein bisschen Brick. Versuchen jetzt ein bisschen zu replacen. Um hier natürlich durchzubrechen zu den Gegnern. Cooler No-Wat ist oben im High-Ground. Tyson keine Mats. Und, 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 und. Pepper macht es nicht. Pepper leadet nicht den Weg. Die gehen hier in die nächste Box rein. Nikov geht down. Und Supermissi. Tyson geht auch noch mal down. What? Das ist hier gerade ein Würfer. Das ist ein Durcheinander. Top 9 Situation. Was zur Hölle machen die Jungs hier gerade? Das sieht perfekt aus. Nur noch drei Teams. Nur noch drei Teams. Gegner ist One-Shot in der Zone und down. Carmo macht das gut. Holt sich jetzt hier auch noch mal die Mats vom Gegner. Und das noch zöpfig. Tyson ist schon weiter vorne. Wir gehen direkt zu ihm. 500 Mats noch. Und drei Teams alive. Das können sie hundertprozentig gewinnen. Tyson ist auf High-Ground gepettet. Versucht den Gegner zu holen. Shitted ihn komplett. Shaggy McNuggets liegt dort. Gegner unter ihm. Gegner unter ihm. Gegner down. Er macht heel off. Und er muss drauf gehen. Er muss drauf gehen. Wir müssen den pushen. No way. Er kriegt ihn nicht. Er kriegt ihn nicht. Und Tyson One-Shot. Und er holt es nicht. Zweiter Platz. Train Alpha holt alle drei. Schon wieder die Franzosen. Das ist schon wieder Yaksu. Yaksu hat gar nicht gewonnen. Oh. Da war noch einer. Die wurden Dritter. Noch zweit Flashes gehabt. Warum spielt Kramo nicht mit Issa? Weil ich sie gedroppt habe. Weil die Docksche sind. Ja. Ich wollte es nicht so sagen. Aber ja. Ich sehe den Big Clutch mit dem Launcher. Ich sehe den Big Clutch. Ich sehe den auch. Ich sehe den komplett bei Mr. Savage. Er muss halt nur die Mets zugeschickt bekommen von Nate. Er muss seine Mets ihm droppen. Keine Hard Mets. Ja. Was? Was? Lights News One-Shot. Nein. Direkt unter dir, Bro. Da ist er. Ah, perfekt. Er ist da reingelaufen für die. Schöner Kill. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Es ist gar nicht auf wie im Savage Classic. Ja. Braucht er nicht. Einfach blauer AR. Und rotiert jetzt hier nur mit Holz. Ich schaue auf Heid. Guck mal. Nate hätte sogar Metall noch. Ah. Er launcht. Digga. Er hat doch den Launch. Er hat doch einen Great Launcher. Dings. Einen Royal Launcher. Ja. Da ist er doch. Hä? Das ist mega clever. Er hat es so schlecht gemacht. Aber er hat das echt schlecht gemacht. Was ist mit Nate? Nate ist noch mit am Start. Das stinkt Ding. Und Nate geht auf High Ground. Und? Er hat halt. Was macht er da? Was macht er da? Was macht er da? Was? Er hat ihn. Du bist ein iPad-Spieler oder nicht? Digga. Ist er das? Muss das sein. Guck mal, was er gemacht hat. Holy shit. Wie dumm. Und da sind sie beide auf High Chat. Er hat noch einen Flopper für ihn. Er hat noch einen Flopper. Könnt er ihn direkt? Und damit haben sie jetzt 153 HP. Ey 159 HP jetzt hier. Wenn ich es gewinne, dann ist alles so ein bisschen bereuen. Ich werde es nicht bereuen. Weil ich stehe zu meinem Wort. Ich muss fühlen. Ich muss fühlen. Dafür ist es zu spät. Die haben nicht mehr so viele Matze. 300 Matze noch, Chat. Rocket Launcher geht rein. Schöner Hit. 114er. Ins Gesicht. Digga, die griefen die Gegner anders. 13 Leute noch alive. Und das ist genau die Runde, von der wir vorhin geredet haben. Die sie unbedingt benötigen. Guck dir mal seine Rockets an. 17 Rockets im Grenade Launcher. Und er hat natürlich auch noch 11 im Dings. Außer die choken anders. Oh, schöner Hit. Die haben so ein Double RPG, ne? Wenn ein Rockets droppt. Er droppt ihn aber nicht. Oh, Käser geht ab. Käser ist auch richtig gut auf dem Leaderboard, by the way. Das ist so geil, wie er das immer macht mit dem Rocket Launcher, ne? Ich liebe das, wie er das immer instant droppt. Oh! Oh mein Gott. Holy Shit. Letztes Zweierteam auf Rogan. What? Da kommt einer von oben. Wo kommt der denn her? Train Blast? Der darf die jetzt nicht holen. Stark. Sehr, sehr wichtig gemacht jetzt hier. Minis werden gefetzt jetzt hier von Mr. Savage. Und die letzten Gegner auf Low. Und das war's. Und das war's. 16 Kills win. Zum Mongral. Er ist hier nämlich im Fight. Einen hat er schon geholt. Den Zweiten will er jetzt auch noch holen. Den List Dreams Guide. List Dreams Guide. Oh mein Gott, der hat gar keine Chance. Diese Waffe ist so OP. Diese MP ist so OP. Hast du die schon mal in der Hand gehabt? Ja. Das ist echt geil. Die ist so krank. Die ist so krank. Die ist so krank. Und ich finde, wenn es so eine mystische Waffe geben würde, würde ich das gar nicht OP finden. Weißt du, wie ich mein? Ja, doch, Digga. Die ist auch jetzt schon stark. Ja, aber die gibt's halt nur auch ein-, zweimal oder so. Ja, stimmt's, 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 stimmt's. Digga, was hast du denn gemacht, oder? Hä? Hä? Anders gechockt gerade. Bis Streams geht. Oh! Den Jump had to go! What? Er macht den Benji Classic, der Guy. Er zackt da irgendwann bei Epic auf für den Lass. Halt's Maul. Was? Er hat das Mad-Git gechockt. Digga, das ist das schlechteste Late-Game bis jetzt, ne? Es wird wahrscheinlich nicht immer Storm Search geben. Uh, Benji mit nem Kill? Was? Die Double-Kin alles, ne? Die Double-Kin wirklich alles. Also, ich glaub, die werden erster Platz jetzt sehen. Ich glaub auch. Sieben Kills haben sie schon. Keiner gestorben, keiner gefinished worden. Jetzt aber. So, Storm Search ist aus. Und jetzt wird hier reingesprayt mit der P90. Unten in den Logon T9. Digga, halt's Maul, Torunka. Das kannst du im Late-Game dem Knachen. Box! Doch, nicht Box-Lag-Fisch! Doch, es ist Box-Lag-Fisch! Box-Lag-Fisch! Aber Later-Lag-Fisch! Dead-Lag-Fisch! Was? Dead-Lag-Fisch! Das ist ein Fischstäbchen! Er hat ihn kennengelernt nicht gebraucht. Das war zu greedy. Das war zu greedy, mein Schatz. Das könnte den ersten Platz kosten, ne? Naja, wobei, wir haben noch Mr. Savage, ne? Mr. Savage ist einfach der Klassmaster. Wir haben gerade auch geklatscht zusammen. Wir haben gerade auch zu Klassmaster. Aber sie hat den Great-Longer-Longer. Ja? Top 15 Situation. Ich glaub, das war's. Ich glaub, damit sind sie safe top 3, Bruder. Ich glaub, damit sind sie safe top 3. Top 3 sowieso. Top 3 sowieso. Aber es geht um den ersten Platz. Dieser Yasuo ist immer noch alive, ne? Ne, ne, Yasuo ist immer noch alive. Wenn uns das Game gewinnt, dann ist das Klatsch. Wenn sie es gewinnen, dann ist das Klatsch. Oder wenn die vielleicht noch ein Trio holen oder so. Ja. So, Nate, komm jetzt. Schöner Hit! Du bist Wonshot! Nein, er kriegt die Kill nicht. No way. 270 Mets. Mr. Savage ist jetzt down. Top 4 Situation. Und das war's. Nein. Das war's. Es könnte der Klatsch gewesen sein, man weiß nicht. Ich glaub nicht, dass der Klatsch war. Wenn die viel mehr Kills haben, ich sag, diese Yasuo, dieser Yasuo gehabt hatten, dann ist das Klatsch, glaub ich. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Andilex ist immer noch alive. Ne, Andilex, Digga. Ja, aber Andilex war vierter Platz. Andilex war vierter Platz, ja. Weil Refs grad und so sind früh gestorben. Ja. Zwei gegen zwei Situation jetzt hier. Zwei gegen zwei Situation. Never mind, zwei gegen eins. Wir haben 19 Kills, Bro. What? Die sind safe zweiter oder so damit. Safe! Unser erster vielleicht sogar. What the fuck? Auch die Ring-Kill. Ja, das ist der Ring-Kill. GGs. GGs in Chat, Chat. GGs. Wurde er eben Training im Late-Game? Oh! 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 Ich glaube, die Zweiter, Savage Dritter. Erster Platz. Oh! In dem guten alten Cup von Doigby. Erster Platz, Forza, Andilex. Die haben gerade kurz eine 20-Bomb rausgehauen. Haben sich damit den ersten Platz geholt. Alpha, Blast und Yaxu, die vorher die ganze Zeit erster waren, sind Zweiter. Zwei Punkte Unterschiede nur zu Nate, Benji, Fischi und Mr. Savage. Bro, stell dir mal vor, er hätte noch einen einzigen Kill gemacht. Sie wären zweiter Platz. Krank. Wäre Benji noch alive gewesen? Benji alive gewesen. Sie hätten safe noch einen Kill geholt. Safe, safe, safe. Zwei Punkte ist nichts. Das ist eine Platzierung. Ein Kill. In der Lerunde davor haben die auch zusammengeklatscht, ne? Hat Benji zweimal kurz reingejuckt. Leider. Oh, fuck. Das ist eine Platzierung. Das ist eine Platzierung. Das ist eine Platzierung. Das ist eine Platzierung. Bis zum nächsten Mal.